Showa Deinichi Toyota, 62 cm Sandseil, Weiblich, auf den damals Koffei gekauft, hat sich gut entwickelt, sehr gut sogar, die unterlegte Kopfzeichnung, die schiebt jetzt langsam nach oben, der hat am Anfang aussehen wie ein Poaco, also das Watz, fast null, aber mir hat er gefallen, von der Hautqualität her, von Penny her, und man hat erahnen können, wo Sumi kommt, also, und es kommt auch hier am Kopf, auch die Nase von ist unterlegt, auf der Seite ist noch nicht so viel, aber Deinichi Toyota, diese Fischer, die bringen das Sumi meistens erst richtig im 4. oder 5. Jahr, also man braucht da Geduld, und dann rentiert sich das auch, diese meisten Fällen. Sehr schöner Fisch, langer Kopf,